Wenn Frauen zusammenkommen Wenn Frauen zusammenkommen, geschieht etwas Magisches. Es ist Wissenschaft der mystischen Art und es ist eine unaufhaltsame Kraft, mit der man rechnen muss. Wenn Frauen zusammenkommen, verbinden sie sich. Auf einer tieferen Ebene, sowohl spirituell als auch zellulär, die Seelen nicken im Einklang. Ich sehe dich. Bringt Frauen lange genug zusammen und ihre Zyklen werden sich synchronisieren. Wenn das nicht ein Beispiel für die wundersame, verbindende Majestät der Weiblichkeit ist, was dann? Wenn Frauen zusammenkommen, wird eine unsichtbare Mauer geformt, gebaut aus der Weisheit des Schmerzes, den wir alle ertragen haben, und der Leidenschaft lauter zu schreien, damit die unter uns uns hören können und nicht dasselbe erleiden müssen. Wenn Frauen zusammenkommen und ihre Geschichten erzählen, die Guten und die Schlechten, entsteht ein Tsunami aus Kraft und Intuition. Erwäscht uns alle zu besseren Dingen hin. Eine Welle von Erhabenheit, Weisheit und Verbundenheit. Wenn Frauen zusammenkommen, sind wir, offengesagt, einschüchternd. Hüte dich also vor denen, die uns auseinanderhalten wollen. Sie haben Angst. Wir haben keine.